Ok, keine Ahnung, hat nicht geklappt? Ähm, Nabi? Äh, sei so laut hier. Was war der denn noch nicht? Ja, springt immer alle raus hier. Juhu! Juhu! Hallo! I believe I've fallen. I believe I've fallen, 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 fallen. Ist hier morgen? Ist hier irgendwo? Ne, scheiße. Irgendwie komme ich immer nur bei Schlössern hin. Ah, Schade. Hier war ich gestern auch, ne? Hier im Schloss. Da steht eine blaue Kisse. Gibt's schon ein Auge des Sturms? Hallo, Hallo! Hallo, Hallo! Da oben ist wahrscheinlich die, die ich gesehen habe, der munter bleibt. Na ja. Der braucht schon Waffen. Was ist hier denn falsch? Da war doch einer, oder? Da war doch einer, oder? Da ist ein NPC. Boah, ich bin mitten in einem Zirkel, alter. Perfekt! Perfekt! Die kann aber wieder auch schlecht sein, die ich nicht möchte. Das ist ein Zitterdell auch. Radio Zitterdell, oder was? Ich bin ein Zitterdell. Ich bin ein Zitterdell und Vomögel. Scheiße, das ist ein Zitterdell. Aber ich bin ein Zitterdell, aber ist ein Zitterdell. Ein Zitterdell, der geht über die Schmerzen, die Böcke schön. Ich bin nicht your enemy. Ich bin nur ein Traveller. Da schießt er auf mich. Da bist du ein... Alter, was passiert dir? Was passiert dir? Was passiert dir? Was war das denn? Ist das ein Gegner? War das ein Gegner? Oder war das ein... Was ist der Turmbüchter? Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Das war lustig. Muss ich mal gucken, ob der FDR da oben ist. Ist das crazy? Da ist einfach so ein Typ rum mit einem Riesenhammer, der mir voll auf die Fresse haut. Aber vielleicht war es auch einfach ein Gegner, der da gechillt hat. Hm. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ach, das war... Das war funny. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Bangerang Man. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Weil ich es kann. Bangerang Man. Bangerang Man. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR